Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, dem Fuzzletv. Heute spielen wir mal ein ganz besonderes Spiel und zwar nicht Minecraft. Und dieses Spiel heißt Imperfect Future. Man spielt sozusagen einen Zeitreisenden, der aus der Zukunft zurückgeschickt wird, um die Welt zu retten. Und man soll halt die Entscheidungen der Menschen verändern, indem man halt nur Sachen bewegt. Und das kann man auf game.sameworld.eu spielen. So, ich werde jetzt mal gleich eins von den Leveln probieren und zwar das achte Level. Das ist in Kongo. Ich wusste gar nicht, dass Kongo auf Englisch mit C geschrieben wird. Und es spielt in einer Koltanmine. Wir haben hier noch immer so eine kleine Vorgeschichte von den Levels. Das ist hier anscheinend so ein Tagebau. Okay, hier sind Arbeiter, die werden von Soldaten festgehalten. Und jetzt geht's los. Dann ist er hier bei dem Kind. Wir sahen die einen Helm und der nicht. Wahrscheinlich, weil die weiß sind und der schwarz. Haha, was ab. Ich hab's ihm nicht gerade auf den Kopf gehauen. Und die wollen, glaube ich, hier irgendwie den Regenwald zerstören. Und die machen hier eine Demo. Sie können hier erstmal die Steine losrollen lassen. Die können ja auch mit in die Palmen klingen. Haha, alles klar. Ah, das ist wahrscheinlich die Chefin. Ha, ich hab's kaputt gemacht. Ich hab das Fahrzeug von der Chefin kaputt... Oh. Die freuen sich jetzt, dass sie das geschafft haben. Was ist das denn? Obi-Wan Kenobi. Ich hab's geschafft. Das war's dann auch mit dem Spiel. Ich fand das auf jeden Fall richtig lustig. Hier zumindest das zweite Level. Das da war schon ein bisschen schwierig. Aber das werde ich auf jeden Fall nochmal versuchen, wie ich das hinbekomme. Und wenn man dann irgendwie alle Level geschafft hat, dann wächst da hier wieder die Welt. Ist nicht schlecht. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.